Und damit sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft und der Tank-Pult schon wieder, jawoll! Ja, ich dachte, das ist so hier, also, macht man so, ne? Ja, wir spielen mal wieder die Instanzen zu dritt und wir sind im Schattenlabyrinth. Korrekt, weil besondere andere Inis sich geweigert haben, uns glorreich aufzunehmen. Genau. Ja, wir sind im Schattenlabyrinth, wir nehmen mal wieder auf. Im neuen Jahr tatsächlich, ne? Neues Jahr, neues Glück, ne? Kann man so sagen. Habe ich so gehört. Oh, nein, von der Seite kam ein Pull. Für das Jahr 2018? Ja, dann läuft nicht weg, sondern läuft zu mir. Was ist mit? Ich bin Healer. Das ist Reflex Nummer 1 weglaufen. Ja, aber zum Tanklaufen, das ist doch hier erste Regel. Ja, nun. Was ist Ihr Vorsatz für das Jahr 2018? Zum Tanklaufen. Ich möchte gerne öfter mal zum Tanklaufen. Ich möchte gerne öfter zum Tanklaufen. Ich möchte gerne bitte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vom Tank. Aha, das Kraut. Heal 2018. Ich möchte nicht mehr Healer sein. Weil ich tanke jetzt als Zieler. Battleheal. Aha. So. Da liegt nämlich Urflechte auf dem Boden. Mhm. Das wäre schön für die Urflechte. Ich weiß. Das ist sehr schön für die Urflechte. Das ist bestimmt sehr bequem auf dem Boden. Irgendeine Platte, die mir nichts bringt, weil ich es nicht tragen kann. Ja, Platte halt. Ups. Ist doch doof. Oh, ich habe die von links schon gepullt. Ja, gut. Bobbel. Aber das ist nur Trash, ne? Also ist ja nichts. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so starker Trash. Wir können ja mal was pullen, ne? Ja. Eigentlich wollten wir in eine andere Indie gehen. Erwähne nicht diese Indie, ne? Nicht ihren Namen oder ihren Standort. Oder ihre Existenz. Jedenfalls hat uns Blizzard mal wieder ordentlich getrollt mit dem Level. Der Weg war ein steiniger und wir kamen dann trotzdem nicht rein. Ja. Ja. Aber die Indie werdet ihr ja dann auch noch sehen, ne? Also von daher. Wenn wir hier mal rein dürfen. Nee, es ist halt sehr gut, wenn die Indie im Dungeon Browser für 65 bis 70 ausgewiesen wird und man da mit Level 68 davor steht und feststellt, dass man erst mit Level 70 durch den Eingang gehen kann, wenn man nicht gerade den DB verwendet. Ja. Das war sehr durchdacht. Wobei, ganz ehrlich, im Dungeon Browser steht die Indie für 68 bis 75 drin. Ach was. Auf der Seite, wo ich halt immer nachgucke, wo die Eingänge sind. Da steht es halt für 65 bis 70 drin, weil man die wahrscheinlich auch mit 65 schaffen würde. Ja, aber wie sollst du denn dann da reinkommen mit 65? Es wäre trotzdem nett, wenn der Hinweis da ständen. Aber es ist halt einfach generell dumm. Ja, es wäre nett, wenn der Hinweis halt da steht mit, äh, am Eingang nur mit Level 70 Ausweis und so. Ü70, Ü70. Ja, irgendwie schon. Ja, weil es macht halt irgendwie keinen Sinn. Du kommst ja dann über den DB nicht da dran. Und du kommst, wenn du davor stehst, auch nicht da ran. Also... Ja. Du hast halt keine Möglichkeit, auf Level 65 überhaupt in die Indie zu kommen. Wuppt, ich werde angegriffen. Oh, der teufelsche Vorarbeiter, der hat mich verängstigt. Oh, nein, 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 voll in die Mobgruppe. Komm wieder zurück. Ja, ich bin verlangsamt. Ich laufe. Oh, das läuft schon wieder supi hier. Ja, wir sind doch eindeutig aus der Übung, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist echt lieblich. Weihnachten und so. Eieieiei, oh, nein, jetzt hat er mich erwischt, ja, ist klar. Boiint. Alter. Ja. So, können die mich jetzt mal bitte alle angreifen? Das ist ja immer ein bisschen Party. Ja, läuft doch, ne? Ja, also, das kann man machen. Nein, tatsächlich beängstigt. Auch, dass du geführt. Und wie war euer Weihnachten so? Wenigstens laufe ich nicht irgendwo dahin, wo Mobs sind, zum Glück. Na, immerhin. So, ballern. Ja, wobei Weihnachten ja jetzt schon nicht mehr aktuell ist, wenn das Video rauskommen wird. Achso, Weihnachten. Dadurch, dass wir leider immer ziemlich im Vorfeld produzieren müssen, äh... Ja, es wird das wahrscheinlich eher so eine Sommervideo. Zu dem aktuellen Thema. Wie war euer Silvester? Hö, hö. Wie war Ostern? Ich wollte gerade sagen, mit dem aktuellen, mit der aktuellen Veröffentlichungsplanung sollten wir eher fragen, wie weit sind denn eure Sommerferienpläne? Und, wie findet ihr die neue Regierung, die wir eventuell 2019 bekommen? Was sagt ihr denn zu Horst Seehofer als neuen König von Deutschland? Mit Kaiser von Deutschland, ja. Das ist schnell eskaliert, ich weiß. Das ist schnell eskaliert, quickly. Oh, dieser komische Penner, dass der da auch immer die ganze Zeit angerannt kommt, ne? Ja, den hab ich jetzt angelockt. Achso. Ach, kann man sich jetzt nicht mal mehr über, äh, die Mobs beschweren, die sich selbst pullen, wenn sie sich gar nicht selbst pullen. Alles klar. Ich lass mal... Ein Herz für Selbstpuller. Puller. Struller. So, komm, bleib' den mal weg hier. Ach, nee, mein... Der Damage war auch schon mal besser, ne? Ja, der schläft noch. Ja, der Damage schläft noch, ne? Ich hab ein bisschen zu viel getrunken. Was? Ja, Sylvester war doch Party Hard, hab ich gehört. Nun. Schön mit Wobby Bubble betrinken, ne? Ja. Was ist da los? Die voller Dröhnung. Voll mit Wobby Bubble, ich bin immer noch nicht runter vom Zucker. Aha. Kannst du den Skoshock direkt ins neue Jahr mitnehmen. Ja, aber wir haben es wenigstens richtig gemacht, ne? Wir haben vorher schon fettig gegessen. Das ist übrigens der erste Boss, ne? Ach. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Boss ist, wenn der da so angekettet ist. Aber der wird uns wahrscheinlich gleich ins Head angreifen, soweit diese Kabale hier tot sind. Meinst du? War mich. Sag ich doch. Ach, das ist ja ein Ding. Komisch. Da. Kannst du etwa Hill sehen? Magie. 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 Magister. Hab ich euch noch gar nicht erzählt, ne? Ne. Willst du den Magier spielen? Soll ich tanken. Ah, der macht gar keinen Schaden. Irgendwie nicht. Oder heilt Heilbutt so gut hoch. Ui, ich bin verängstigt. Ich bin grad nicht am heilen. Und ich bin auch grad verängstigt und lauf halt hier in eine ehemalige Mobgruppe rein. Ich heul mich mal wieder zum Heiler. Ja, also so krass viel Schaden macht er jetzt nicht. Äh, Heilbutt, du hast aber... Ja, ich bin einfach mal gestorben. Du bist tot. Äh. Nun. Tamimor. Ja, dann Philly, ne? Ballern, hab ich gehört. Ja, ich hab mich mal eben wiederbelebt. Woher auch immer auf einmal dieser Schaden kam. Das muss man jetzt nicht verstehen. Ach, wahrscheinlich davon. Ui. Nein. Nein, wo laufst du hin? Wo bist du? Ich bin tot. Ja, ich konnte dich nicht heilen. Zwei Prozent noch. Ja, komm, tausend... Ah, zweitens... Jawoll. Nice. Schnell aufgeburzelt. Komm, die zwei Prozent hier haben wir jetzt noch hingekriegt, ja. Das ist platter. 1.600 Lebenspunkte. Dann... Na, bringt nichts. Könnt ihr mich ja mal resten. Wollen wir das, Heilbutt? Wollen wir das? So. Gute Frage. Erstmal heilen. So. Kann halt nicht. Überlegen wir mal, was hat der uns 2017 so angetan? Hallo? Ich kratze dich mal eben vom Boden. Dank. Nett. Ich hab noch nicht mal den Boss gelootet bisher. Uh. Ja. So, jetzt aber. Ich hab schon wieder ein bisschen Netherstoff. 91. Ui, schön. Noch ein bisschen. Ja. Kann man mal mitnehmen, ne? So, dann geht es weiter. Oh, ich sehe Kraut. Ah, der nächste Boss. Okay. Also, wie gesagt, ich war ja tatsächlich auch noch nicht in dieser E-Linie. Ist hier gleich klar, was die Bossen so können und nicht können. Ist so ein bisschen Trash von den Kirchenbänden unterschieden. Ich würde sagen, die Trash-Packs sind jetzt hier irgendwie eher so, meh. Ah, die bringen relativ viel Erfahrungspunkte. So 1500 pro Kill. Das ist schon wesentlich besser als in den vorherigen, in den nächsten. Die bösartige Auszubildende, die macht aber schon ein bisschen, ne? Ja, ich bin grad am Dauer-Healen, aber irgendwie reicht das nicht. Ich hab auch irgendwie das Gefühl, wir sollten hier die ganze Halle klären, bevor wir das ziehen. Ja. Ich glaube auch, der viert bestimmt. Und dann ist die Kack aber sowas von am Dampfen. Immer genau in die Richtung, in die ich nicht gehen würde. So. Aua. Super. So. Oh, plus 9 Int. Aber Platte. Schön. Hier ist irgendwie gefühlt alles Platte. Ja, irgendwie schon. Oh, oh, das wird ein großer Trash-Bob. Uiuiui. Uiuiuiui. Hast du gut gemacht. Schnelltöten hab ich gehört. Oh, oh, das ist aber jetzt nicht so gut. Fast Kill hab ich gehört schon. Ja, komm. Die liegen doch alle. Ja, nun. Läuft aber. Boah. Wir können's noch. Wir können's noch. Ja. Die Fahrradfahren verlernen wir nicht. Ja, genau. Habe ich jetzt bei Edge of Empires festgestellt. Man verlern's nicht. Ja, so die grundlegenden Wege bleiben immer... Fahrradfahren? Ja. Ja. Ne, generell so was man machen muss. Wird zwar langsamer, kommen und verlerntet nicht Kinder. Huch. Da war noch ein bisschen viel Damage am Ende, ja. Ich schaff das. Ja, ich heil Fili mal hoch, so. Fili macht den Damage. Nice. Helfen wir ein bisschen mit mit dem Damage. Du kriegst aber, du kriegst aber grad den Schaden, Herbert, ne? Ja. 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 Und ich selber selber hochhalten. Ja. Das ist richtig. Hup. Nice. Das ist eigentlich nicht weiter rüberlaufen, da sind noch Leute. Wo ist denn jetzt hier? Ach nein! Ah, der war verdeckt! Klatsch ihn! Ach, du liegst in dem Stapel der Leichen, okay. Du kannst mich auch einfach links anklicken, ne? Ja. Ja. Das ist korrekt. Und bevor du jetzt irgendwo reinläufst, erstmal heil. Ja, ich sitze ja hier und esse Baphut. Hm, Baphut. Hm, Baphut. Ha, Baphum jetzt, wuch. Nun. So. Der ist Kraut, ne? Ne, das Kraut hab ich schon gepflückt, dass das siehst dann. Ich seh jetzt aber noch. Komisch. Okay. Ich hab's mitgenommen. Ja. So, wir haben die ganze Kirche hier gecleared, das heißt, jetzt kommt noch gleich der Boss. Meine ganzen Gebäude sind auch schon wieder Abklingzeit frei, das heißt. Was kann der denn so unter Posten? Der gibt's überhaupt? Chaos stiften kriegst du in den Sturmangriff. Es gibt vier. Seid ihr bereit? Bitte. Du bist noch nicht bereit. Okay. Gut. Dann. Dann doch. Nicht bereit? Keine Ahnung. Nein. Ich bin nicht bereit, aber ich hab kaputt. Juri hatte noch nicht volle Lebenspunkte, als er gefragt hat. Oh. Oh, ich flieg jetzt mal weg. Schön. Nix ist schneller als Fliegerin. Aua. Letzt. Äh. Unterbrochen. Ähm. Ja. Chaotischer Wutanfall. Ja, genau. Alles klar. Schlagt mich. Ist okay. Ich so. Ich steh drauf. Ihr haut beide auf mich ein. Ich kann grad gar nichts machen. Ja, ich weiß. Wir hauen also alle aufeinander ein. So, und alle wieder auf ihn drauf. Erstmal hier ein bisschen Kettenheilung. Nett. Nett. Nett von dir. Arschschreiber. Schnell weg mit ihm, bevor er das nochmal macht. Ich find sowas ist immer das Nervigste, wenn du dann von den gegnerischen Spielecharakteren angegriffen wirst. Ach, als Gegner siehst du uns an? Ja, alles klar. Nein, nein, also wenn du dann... Ich hab's gesagt, 2017 war auch nicht unser Jahr, ne? Ja, okay. Also wenn du dann von Spielecharakteren angegriffen wirst, die feindlich gesinnt sind. Ach, feindlich gesinnt wären wir jetzt auch noch. Alles klar. Der Wutsch. Der Wutsch. Der Wutsch. Oh, den hätt ich gerne. Oh, zu spät hab auf Geer gedrückt. Ich hab auf Bedarf gedrückt. Die habt's gekriegt. Dann... Dann ist's ja gut. Hier, falls jemand ein Mahnertörtchen haben möchte. Oh, ein Mahnertörtchen, die esse ich am liebsten. Oh, ja. Was Rezept findet ihr im WoW-Kochbuch? Hm. Tut man wirklich. Was ist da hauptsächlich drin? MANA. Blaue Lebensmittelfarbe. Dö dö dö. MANA MANA. Ja. Wie heißt der Kuchen im Originalen? Warnerstrudel? Nee, den, wo wir gemacht haben. Den aus Schokolade. Achso, festlicher Schokoladen. Festlicher Schokoladentort. Die ist mega geil. Die ist richtig geil, ja. Und ihr habt mir kein Stück davon übergelassen? Nein. Die sind hier. Das ist allerdings richtig. Ja. Komm doch nochmal vorbei, dann backen wir zusammen. Vielleicht backen wir den ja morgen früh. Und vielleicht kommst du ja morgen am Nachmittag vorbei. Vielleicht, wer weiß. Ich hab jetzt auch eine Tortensäge, jetzt wird der auch nicht so schief. Eine Tortensäge. Ja, damit man Böden sägen kann. Es fehlt nur noch der Tortenring. Ich weiß nicht warum, aber Tortensäge hat mich irgendwie spontan an Knochensäge erinnert. Ist ja auch eine. Nee, leider noch nicht. Nöchelig. Meine Leichenhalle ist noch nicht ausgestattet. Ja. Dann soll auch mein zweitgeliebstes Hobby nebenpacken. Leichenkeller. Nur ein paar. Nun. Hier, wo ich so finde. Im Wald. Moment, hier ist irgendwo Kraut. Neh mal kurz Kraut mit. Ja. Mach das. Hat sie nicht gesagt. Der war unangebracht. Du. So. Warum sind ja eigentlich immer Bosse vor den nächsten Türen, wo wir durch müssen. Was soll das? Ich weiß auch nicht. Komisch. Das ist echt seltsam. Das ist echt seltsam. Alter. Ich kann nicht einfach weggehen. Zack. Was war das denn für eine Pirouette? Das war mein Tritt des aufgehenden Kranichs. Echt heißt der so? Nein, Fußfäger. Ich dachte schon. Aber ich hab wirklich einen Tritt der aufgehenden Sonne und ich hab einen Kranichtritt oder so. Und das ist ein Knall. Nein, ich bin Mönch. Ich sag ich doch. Nun. Die haben wir aber weggebescht hier. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte sagen einfach so einmal durchgekärchert hier. Wohl kann Eisblock sein. Was ist denn mit ihm da los? Der Celot, der ist ein bisschen sauer. Guck mal, da ist ein Buch der Erleuchtung. Vielleicht müssen wir es anstecken. Ich mag es mal gerne. Da oben ist auch schon wieder Kraut. Sehr gut. Die ist zum abgeben Quäst. Kraut? Oh oh. Bleib schön da. Kumpenblizzard. Oh. Was macht denn hier so viel Schaden? Das ist jetzt nicht so schön. Geht doch. Kranichtritt. Bam. Hip in Pieces. So. Da ist der nächste. Ich würde sagen, wir klären den Boss, bevor einer die Quest abgibt. Sonst. Oh. Ja. Erstmal heilen. Das ist korrekt. Alle Gedanken lesen. Sehr langweilig. Beziehungsweise. Ne, gar nicht. Wir machen es einfach so. Wir nehmen Kuchen. Der hat 129 K Lebenspunkte. Wie? Wir nehmen Kuchen und ich nehme mein Kraut. Dann tu das. Dö, dö, dö. So ein bisschen Urflechte sammeln kann sicherlich nicht schaden. Hm. Ja, die Urflechte sitzt jetzt nicht beim Boss, also. Ist korrekt. Ich sehe da keine. So. So, seid ihr bereit? Ihrgegenreden. 3, 2, 1, go. Bitte die Quest annehmen. Ja, vielleicht ist ja die nächste Quest, dass wir ihn töten müssen. Oh, das könnte sein. Das wäre doof. Also ne, gebt mal die Quest ab hier. Ja. Hier. Quest. Quest. Quest so. Ne. Ist nicht die, äh. Also die Quest bitte inhaltend, nicht ihn zu töten. Ist schon mal gut. Ist Momo getötet, steht er jetzt als nächstes. Aber das ist der letzte. Das ist der, das ist der Swagger vom Swagdienst, ja. Ach ja. Ach so, ja, natürlich. Jetzt weiß ich, wie du meinst. Kennst du doch, von dem Böhren, von der Tochter, die um die Ecke, die mit dem Sven da geschlafen hat. Genau. Warum macht der Feuerregen? Weil er kann. Ja. Und warum ist Highwood fast tot? Ja, weil ich im Feuerregen stand. Ach so. Irgendwie naheliegend, oder? Ja, das brennt immer so ein bisschen unter den Nägel. Brennt zweimal, ne? Ja. Ne, eigentlich nur einmal. Das reicht. Ach, was gibt's denn hier immer nur Platte? Ach so, es bringt halt keinem von uns irgendetwas. Fischplatte, Wurstplatte, Käseplatte, was soll das? Salamiplatte. Immer diese Platten, erst mal die Wurstplatte. Holzplatte, Kühe, Mühe, 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 Spielenblinde, Kühe. Hoch. Oh, oh, das ist aber, okay, der Endpost hat nur noch 40% des Lebens. Oh, nein. Okay, ich weiß, wo wir sind. Echt? Du weißt, wo wir sind? Ja, ich war hier, glaube ich, tatsächlich einmal drin. Ich war hier noch nie drin. Ich war hier letzten Sommer drin, ne? Ich weiß, was du letzten Sommer geradet hast, oder was? Genau. Ne, wenn ich mich aber jetzt gleich recht entsinne, hat der gleich nicht mehr nur 40% Leben. Das hätte mich auch sehr überrascht, wenn es so bleiben würde. Ich bin mir aber nicht sicher, da schon, oh Gott, weiß es aber nicht mehr. Aber 300k Lebenspunkte ist schon mal ne Ansage. Bin ich sicher. Ich hoffe, dass er bei diesen 300k bleibt. Nein, 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 391k ist das, was er maximal hat. Achso, ja. Und davon hat er jetzt 40% und du frisst gerade damage wie sonst was und ich bin beturrt und kann nichts tun. Und äh, ich kann nur irgendein, äh, ich brauche eine random Zauber, so. Ja. Nein. Ach, das war unnötig. Warum stelle ich denn immer kurz, wobei der ganz vorbei ist? Das ist doch scheiße. Ah, nö. Was soll das? Nun. Die sind ja tot, was soll das? So. Danke. Bitteschön. Ah, da hinten ist wieder irgendwo Urflechte. Da. Ach, schön. Jetzt frisst du am besten mal Kuchen. Du hast keinen Kuchen. Nee, aber ich hab noch, ähm, ich esse ja gerade selber noch was. Ich esse ja was von dem Bufffood. Na dann. Nimm dir wirklich einfach Kuchen, das geht am schnellsten. Du hast recht, ja. So, fertig. Bereit? Nimm, nimm. Okay, Ballern. Ah. So. Da war'n kräftigen Schluck aus dem Flachmann, ne? Braucht man auch, wenn man hier, wenn man hier überleben will, braucht man das auch. Aus der alkoholfreien Bierflasche. Aus dem alkoholfreien Flachmann. Alkoholfreies Bier ist ja fast wie Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Ja, nach Silvester brauche ich das, nach dem Robbie-Bubble-Intus. Ein wohlfreies Bier, was kommt als nächstes, Bielefeld? Am Bielefelder, ey. Schön, dass der Boss die mit klatscht. Ah, Natur gesperrt. Sehr gut, wenn alle da im Zauber, Naturzauber sind. Natur oder Feuer. Bevelop. Geil. So. Seid ihr bereit? Ja, ich glaub schon. Okay. Bereit? Dann Ballern. Ja, komm. Gönn dir. Ah, ja, nur noch 40%. So, ne, ne, bleibt er dabei? Ich wollt grad sagen, immerhin halte er sich nicht auf seine kompletten Lebenshunkto. Noch nicht. Ich bin der Meinung, das passiert nämlich. Oh, oh. Ich hoffe nicht. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Also bis jetzt ist er relativ low, ne? Also irgendwie. Er wirkt irgendein Zauber auf mir. Und wieder, oh, er hat mich hoch. Oh, Stille. Uiuiui. Das ist jetzt nicht so cool. Der macht gar nichts. Ich steh einfach hier rum. Ah, warum weckt der immer Momos Berührung? Und was tut das? Er hat doch nichts. Ey, komm, nur noch 7% Lebenspunkte. Der kann gar nichts. Los, Leute. Oh, ich hab nur 660 Lebenspunkte. Nein. Tod durch Fallschaden. Jawoll. Feli ist auch tot. Echt jetzt? Ja. Er hat noch 6.000 Lebenspunkte. Den kannst du jetzt wohl noch alleine klatschen. So, einmal noch richtig Damage und dann... Plus... Ja, geht doch. Nice. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab jetzt aber ehrlich gesagt, da passiert noch was. Ich war mir da eigentlich relativ sicher. Seid doch froh. Oh, plus 2 Intelligenz und 2 Ausdauer. Beides kacke. Die Robe. Ja, dann? Dann passen. Ich hab gepasst. Auf das Schwert mach ich mal hier, ne? Weil brauch ich, glaub ich, keiner. Mach wie du meinst. Kann, glaub ich, auch keiner tragen. Hab ich auch mal bekommen. Hab auch hier gemacht. Gut, dann... Ich muss Stufe 70 sein. Gehen wir mal wieder zurück. Könnte mich vielleicht jemand reffen? Danke. Ja, mach ich doch gerade. Ich dachte gerade, du wärst am TP-Stein nutzen. Ja, genau. Ich tippe mich einfach raus, ja. Klar. Okay. Ja, das war das... Dann müssen wir jetzt wieder die ganze Indie zurück. Ja, das war das Schattenlabyrinth. Wir können noch ein paar Stiegequests am Ende der anderen... Also, auf der anderen Seite der Indie abgeben. Ich würd' sagen, das war's dann aber erstmal. Und dann sehen wir's beim nächsten Mal wieder. Jo, tschüss. Bis dahin.